Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Beste Freunde. Peppa erwartet ihre beste Freundin, Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Luzi und Peppa wollen heute zusammen spielen. Peppa hat Luzi gern. Luzi hat Peppa gern. Sie sind die besten Freunde. Peppa, wie wäre es, wenn ihr rauf ins Kinderzimmer geht? Ja, Mama. Schorsch würde auch gern mitspielen. Peppa und Luzi spielen gern in Peppas Zimmer. Schorsch allerdings auch. Nein, Schorsch. Das ist nur was für ganz große Mädchen. Geh und spiel mit deinen eigenen Sachen. Peppa und Luzi möchten lieber alleine spielen. Ich bin die zarte Feenprinzessin. Und jetzt werde ich dich verzaubern. Simsalabim in den Frosch. Schorsch möchte nicht alleine spielen. Schorsch möchte gern mitspielen. Nein, Schorsch. Ich spiele mit Luzi. Such du dir doch mal was anderes. Schorsch möchte mit Peppa spielen. Er fühlt sich ein bisschen einsam. Schorsch, willst du mir helfen? Ich backe gerade Schokoladenkekse. Schorsch, wie wär's? Willst du das auslecken? Schorsch hilft Mama gern beim Backen. Aber noch lieber spielt er mit Peppa. Ich wär wohl Schwester. Und ich wär wohl der Doktor. Und wer ist dann der Kranke? Schorsch! Peppa und Luzi spielen gern Krankenhaus. Schorsch auch. Peppa horcht an seiner Brust. Nun, Schorsch, tief einatmen und husten. Ich glaube, dein Herz ist verrutscht. Ich mach mal ein Pflaster drauf. Mal weit aufmachen. Luzi misst bei Schorsch Fieber. Oh je, das ist aber sehr hoch. Du musst im Bett bleiben. Mindestens drei Jahre. Papa Wutz will nach Schorsch sehen. Oh nein, was ist denn mit Schorsch los? Keine Bange, Papa, wir spielen nur. Schorsch ist unser Patient. Oh, verstehe. Darf der Patient Besuch empfangen? Aber nur ganz kurz. Er ist doch zu schwach. Kekse! Ja, die sind für Schorsch. Mit dieser Medizin geht's ihm bald besser. Ähm, Verzeihung, Doktor. Da brummt was. Ich hab nen schlimmen Bauch. Das kitzelt. Ich kann ihn rumpeln hören. Es ist nur Hunger, Papa. Dann brauch ich wohl auch Kekse, damit es mir bald besser geht. Und ich. Und ich. Und ich. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Frösche, Würmer, Schmetterlinge. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie? Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh, ja. Schmetterlingszungen sind noch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen wie mit einem Strohhalm. Peppa, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Peppa Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Peppa tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß, du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling. Oh je, Schorsch hat keine Lust ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Oh, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa. Und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut, das ist zu gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Hm, ich weiß nicht. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Hm, Frösche sind weder wunderschön noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Hm, spielen Frösche mal. Mit Puppen? Ho, 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 aber, Peppa, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Genau, Frösche hüpfen ja auch gerne Matsch herum. Los, Schorsch, wir spielen Frosch. Jetzt sind wir Frösche. Jetzt sind wir Frösche. Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Mama Wutz muss arbeiten. Mama Wutz arbeitet am Computer. Papa Wutz kocht das Mittagessen. Papa, dürfen wir Mama bei ihrer Arbeit zuschauen? Ja, aber nur, wenn es sie dabei nicht stört. Sie hat heute eine ganze Menge zu tun. Klar doch, Papa. Mama Wutz hat heute eine Menge wichtiger Arbeit zu erledigen. Mama, dürfen Schorsch und ich auf deinen Schoß, während du schreibst? Ja, wenn ihr ganz still sitzt. Peppa und Schorsch schauen Mama sehr gern bei ihrer Arbeit zu. Mami, dürfen wir jetzt das Hunde zu tun bei dir spielen? Von mir aus können wir das gerne später spielen. Erstmal muss ich arbeiten. Mama, dürfen wir mithelfen? Nein, Peppa. Hände weg vom Computer. Und Schorsch, das gilt für dich ganz genauso. Ja, Schorsch. Mach bloß nicht sowas. Peppa, nein. Entschuldigung, Mama. Ich wollte Schorsch nur zeigen, was er nicht tun darf. Oh je, was macht der Computer denn da? Papa Wutz! Papa Wutz! Was gibt's, Mama Wutz? Papa Wutz, schaust du nach dem Computer? Ähm. Ich mache das Essen, du schaust nach dem Computer. Äh, wie du meinst, Mama Wutz? Aber ich bin nicht sehr gut in sowas. Oh, danke, Papa Wutz. Papa Wutz macht sich an die Arbeit. Hm. 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 Ähm. Manchmal hilft einfach ausschalten. Und dann wieder einschalten. Papa Wutz hat es geschafft. Der Computer läuft. Hurra, Papa! Ja, ich bin halt Experte in diesen Dingen. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? luego kleinen Kinder. Papa, darf nicht auf dem Computer libro kaufen. Papa, darf nicht auf dem Computer wegverhalten. Papa, darf nicht auf dem Computer laufen? Papa, darf nicht auf dem Computer reden? Papa, darf nicht auf dem Computer игры verwandeln? 이증 advertised das Kind大家 wurd erm armed. Papa, ich bin gleich zumusters trip. Oh, heheheheh. Ha, 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 ja, ha, ja, ha! Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was ist denn da oben los? Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Musikinstrumente. Mama und Papa Wutz sind gerade mit dem Hausputz fertig. Mama Wutz und ich haben was auf dem Dachboden entdeckt. Oh. Könnt ihr erraten, was drin ist? Hm. Nö. Sie ist voller Musikinstrumente. Boah. Sie sind ein bisschen alt und verstaubt. Auf der Geige habe ich gespielt, als ich noch klein war. Mama, kannst du uns was vorspielen? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ach bitte, Mama. Spiel doch mal. Hoffentlich kann ich es noch. Bravo. Braa. Mama, kann ich auch mal spielen? Du musst sie so halten. Okay, mache ich. Oh. Oh je. Peppas Geigenspiel klingt lausig. Schorsch will es auch mal versuchen. Du musst sie so halten, Schorsch. Oh. Das klingt auch nicht viel besser. Geige spielen ist viel zu schwer. Peppa. Vielleicht klingt es auf dieser Trommel besser. Danke, Papa. Das klingt viel besser. Peppa spielt großartig. Oh, wie schön. Ja, hört sich gut an. Da ist ja Papas altes Akkordeon. Das habe ich gespielt, als ich Mama kennengelernt habe. Oh, Papa Wutz. Ich kann mich gut erinnern. Schorsch will auch mal Akkordeon spielen. Bist du sicher? Akkordeon spielen ist sehr schwer. Schorsch, das Akkordeon? Ist fast so schwer zu spielen, wie meine Trommel. Okay, Schorsch. Das Akkordeon ist wirklich sehr schwer zu spielen. Papa, welche anderen Instrumente sind da noch drin? Dieses Horn. Darf ich mal? Du musst feste pusten. Das klingt nicht so gut. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich konnte mal drauf spielen. Na, das klingt auch nicht besser. Ho, ho, ho. Dafür muss man wohl schon so stark und groß sein wie ich. Also das klingt überhaupt nicht gut. Peppa hat recht. Es geht wirklich überhaupt nicht. Macht nichts, Papa Wutz. Spiel weiter Akkordeon. Das machst du wunderbar. Ho, ho. Nein, ja, ich spiele es ganz gut. Auch wenn es eingebildet klingt. Und ich spiele meine Geige. Und ich spiele Trommel. Mama Wutz spielt Geige. Papa Wutz spielt Akkordeon. Peppa trommelt. Und Schorsch, was soll er spielen? Schorsch bläst das Horn. Mama hat's nicht geschafft. Und Papa hat's auch nicht geschafft. Nicht mal ich konnte das spielen. Aber Schorsch, der kriegt das hin. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Pepper Wutz. Schatzsuche. Oma und Opa Wutz veranstalten eine Schatzsuche für Pepper und Schorsch. Oma Wutz zeichnet die Schatzkarte. Opa Wutz vergräbt den Schatz an einem geheimen Ort im Garten. Opa Wutz, bist du fertig? Pepper und Schorsch werden bald hier sein. Nur keine Eile, Oma Wutz. Da kommen sie schon. Schnell, Opa Wutz. Sie sind da. Bin schon fertig. Opa Wutz hat es gerade noch rechtzeitig geschafft. Oma Wutz, wir sind da. Oma Wutz. Hallo, meine Kleinen. Opa Wutz. Opa Wutz. Ahoi, ihr zwei Herzchen. Pepper, Schorsch, heute geht's auf Schatzsuche. Im Garten ist irgendwo ein Schatz vergraben. Wow, ein Schatz. Wo ist er? Du musst schon danach suchen. Hier ist die Schatzkarte für Pepper. Und Schorsch kriegt meinen Piratenhut. Ei, ei, Herr Käpt'n Schorsch. Der Plan sieht kompliziert aus. Papa, hilfst du mir? Na klar, Pepper. Ich bin sehr gut in sowas. Äh, er ist wirklich kompliziert. Papa Wutz, du hältst doch den Plan verkehrt rum. Ja, dachte ich mir schon. Ist doch ganz leicht. Der Schatz liegt da, wo das Rote Kreuz ist. Aber wo stehen denn bloß die beiden Apfelbäume? Hm, keine Ahnung. Wollt ihr einen Tipp? Ja, bitte. Der erste Brief ist in einer Flasche. Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen. Pepper hat den ersten Hinweis entdeckt. Eine Flaschenpost. Kommt alle her. Hier ist die Flasche. Sehr gut, Pepper. Lass sehen, was hier draufsteht. Oh, der Brief stammt von einem Piraten. Mama, kannst du den Piratenbrief lesen? Hm, der Pirat schreibt aber sehr unleserlich. Der Pirat hat eine schöne Handschrift. Ich kann's jedenfalls nicht lesen. Da steht deutlich geschrieben, folge den Pfeilen. Folge den Pfeilen? Schorsch hat den zweiten Hinweis gefunden. Pfeile aus Stöcken gelegt. Guck, sie zeigen da lang. Pepper und Schorsch folgen den Pfeilen. Guck, Schorsch, ein Schlüssel. Pepper hat den nächsten Hinweis gefunden. Einen Schlüssel. Fein gemacht, Pepper. Jetzt müsst ihr die Schatzkiste finden, die dazu gehört. Aber ich weiß doch nicht, wo. Schau doch mal auf die Schatzkarte. Guck mal, Pepper, hier sind zwei Apfelbäume dargestellt. Hier ist ein Apfelbaum. Und da ist noch ein Apfelbaum. Also liegt der Piratenschatz hier. Sehen wir nach. Oh je, hier scheint aber nichts zu sein. Haltstopp, da ist doch etwas. Boah, ein Schatz. Hurra. Hurra. Gut gemacht. Ich hab den passenden Schlüssel. Wow, ich fass es nicht. Goldtaler. Die sind dein Vermögen wert. Viel mehr als das. Das sind keine Goldtaler. Es sind Schokotaler. Und hier ist ein Schokoladentaler für jeden von uns. Hurra. Peppa und Schorsch lieben Schokotaler. Alle lieben Schokotaler. Oma, Opa. Das ist die beste Schatzsuche von allen. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Verstecken Peppa und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe, sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Peppa mit dem Zählen fertig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schorsch hat gerade noch rechtzeitig ein Versteck gefunden. Zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich. Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. Eins, zwei, drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Los geht's, Schorsch. Du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben, sechs, sieben, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Oh. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je, wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich. Oh, Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Oh, schorsch.